Untertitelung des ZDF, 2020 Nach reiflicher Prüfung sind die polnischen Kollegen und ich der Meinung, dass Mathilde bei ihrem Vater am besten aufgehoben ist. Das darf doch nicht wahr sein. Ihr wollt meine Mathilde diesem Typen geben? Das ist das letzte Wort. Noch nicht gesprochen. Damit Herr Blaschenkowski das Sorgerecht wieder verliert, muss es eindeutige Beweise für eine Gefährdung des Kindes geben. Beweise? Papa, guck mal, wer da ist. Ja, ich dachte, ich besuche euch mal über Ostern. War gar nicht so einfach zu finden. Hab überall nach einem Palast gesucht. Mach ein paar Bilder. Der vermeintliche Vater meiner Enkelin hat alles erstunken und erlobt. Hier, haben Sie das Kind gegen seinen Wehen getauft. Gratuliere, Pano. Wer sind Sie? Der Opa von Mathilde. Herr Barnen, die Invasion der Deutschen geht weiter. Wie bitte? Du darfst niemals eine Handtasche auf den Boden stellen. Sonst läuft das Geld weg. Katholisch reicht nicht. Was? Auch noch abergläubisch. So, wie oft soll ich dir noch sagen, dass es den Himmel nicht gibt? Es gibt den Himmel doch. Auch den Osterhasen. Was? Sie können auch beten zweimal warte den Osterhasen. Drei Auermarien. Wie hoch war das Plus Geld? 100 Euro. Polnische Oster. Demnächst im Kino. L�� 2. Untertitelung des ZDF, 2020